In diesem Tutorial wollen wir uns anhand eines Beispiels anschauen, wie man Verhältnisse mit Hilfe von Vektoren bestimmen bzw. berechnen kann. Ich gehe an dieser Stelle davon aus, dass wenigstens die Grundlagen vektorierer Beweise bekannt sind. Wenn das nicht der Fall ist, ein passendes Tutorial dazu findet ihr entweder oben rechts unter dem I-Punkt oder am Ende im Abspann. Und jetzt, bevor wir uns gleich die Beispielaufgabe anschauen, ein paar kurze Hinweise zum Lösungsschema. Als erstes solltet ihr in der Lage sein, anhand der Aufgabenstellung zu erkennen, was eigentlich bewiesen bzw. bestimmt werden muss. Zweitens sind natürlich die gegebenen Voraussetzungen wichtig, also das, was in der Aufgabenstellung als gegeben vorausgesetzt wird. Drittens ist die vektorielle Vereinfachung der Figur. Dieser Schritt ist empfehlenswert, vor allem wenn man nicht so viel schreiben möchte. Und viertens natürlich Beweis durch Verwendung der Voraussetzungen und meistens mit Hilfe von Linearkombinationen. Und jetzt zu unserer Beispielaufgabe. Gegeben ist das regelmäßige Sechseck ABCDF, so wie rechts abgebildet. Bestimme das Verhältnis, in dem sich die Strecken AC und BD teilen. Naja, in erster Reihe sollen wir uns diese Strecken kurz vorstellen. Das sind AC und DB und S ist der Schnittpunkt dieser Strecken, Punkt, den wir früher oder später auf jeden Fall brauchen. Mit dem Verhältnis, in dem sich die Strecken AC und BD teilen, ist eigentlich das Verhältnis gemeint zwischen AS und SC oder BS und SB. Deshalb können wir das Ganze auch so hinschreiben. Zu bestimmen ist entweder das Verhältnis zwischen der Länge von AS und N. Als nächstes wollen wir natürlich aus der Aufgabenstellung herausfiltern, was eigentlich gegeben ist. Gegeben ist eigentlich nur dieser regelmäßige Sechseck. Also, das bringt mit sich zwei wichtige Eigenschaften. In erster Reihe eine, die offensichtlich ist. Alle Kantenlängen sind gleich lang. Natürlich brauchen wir jetzt nicht alle sechs, sondern wir orientieren uns nur im oberen Bereich, wo auch die Kanten AC und DB sind. Also, mit gutem Gewissen können wir dann sagen, AB ist gleich BC ist gleich CD von der Länge her. Eine weitere Eigenschaft, die vielleicht nicht jeder noch in Erinnerung hat oder nicht so offensichtlich ist, ist die Tatsache, dass die Länge von BC genau die Hälfte der Länge von AD ist. Mit der Kante AD ist natürlich diese Kante hier gemeint. Diese Eigenschaft ist auch eine Voraussetzung für die Lösung dieser Aufgabe. Als nächstes kommt natürlich die vektorielle Vereinfachung. Wir wollen möglichst nur zwei Vektoren, verschiedene Vektoren nutzen und ideal wäre, wenn wir einmal den Vektor AB mit Vektor klein a abkürzen und natürlich noch diesen Vektor AD mit Vektor klein b. Entsprechend ist dann BC einfach die Hälfte von AD. Und das Ganze halten wir jetzt noch kurz schriftlich fest. Also, Vektor AB ist klein a, Vektor AD ist klein b und BC ist ein Halb mal Vektor klein b. Und als sozusagen letzter Schritt müssen wir natürlich eine Linearkombination aufstellen, die diese Vektoren beinhaltet. Ich muss zugeben, es gibt an dieser Stelle mehrere Linearkombinationen, die uns helfen würden, die Aufgabe zu lösen. Ich entscheide mich hier für eine Linearkombination mit Hilfe dieser Punkte hier, AD und S. Also, wir starten im Punkt A und beenden das Ganze wieder im Punkt A. Das bedeutet, als erstes nehmen wir diesen Vektor AD, dann plus den Vektor DS und als letztes noch die Linearkombination und die Vektorkette zumachen mit dem Vektor SA. Und das Ganze ergibt natürlich 0. Das ist eine geschlossene Vektorkette. Gut, jetzt müssen wir diese einzelnen Vektoren hier in Abhängigkeit von klein a, klein b ausdrücken und dann wieder in dieser Gleichung einsetzen. Fangen wir an mit AD. Das ist ja noch relativ einfach. AD, so wie es oben steht, ist einfach für uns klein b. Ein bisschen unangenehmer wird bei dem Vektor DS. Also, DS ist ein Teil des Vektors DB. Ein Teil bedeutet, das ist ein gewisser Anteil von diesem Vektor und das kann man auch so ausdrücken. Man kann ja sagen, R, das ist der Anteil, an dem Vektor DB. So, und jetzt haben wir ein weiteres Problem. Wir brauchen den Vektor DB. Allerdings, D ist ja nicht so schwer zu bestimmen. Und zwar, DB für DB können wir auch eine Linearkombination in Abhängigkeit von A und B aufstellen. Also, wir starten hier bei D und ändern bei B. Das bedeutet, wir gehen erstmal DA, das ist ja minus B in die Richtung, also in Klammer. Statt DB schreibe ich dann minus klein Vektor B. Und dann von A nach B ist natürlich Vektor klein A an dieser Stelle dort. Also, damit hätten wir jetzt auch einen Ausdruck für der S. Und das gleiche machen wir jetzt noch für SA. Okay, SA ist ein Teil des Vektors CA. Deshalb, mit den anderen Parametern, können wir dann sagen, T mal Vektor CA. Und jetzt müssen wir nur noch CA in Abhängigkeit von B und A ausdrücken, oder A und B. Also, CA, wir starten in C und gehen Richtung A. Bedeutet einmal, minus ein halb B, also von C nach B. Und dann noch BA, das ist natürlich dann minus klein Vektor A. So, und diese drei Vektoren in Abhängigkeit von B und A setzen wir dann in unsere Linearkombination oben ein. Dann wird das Ganze ungefähr so aussehen. Statt AD habe ich Vektor B. Dann kommt, plus statt DS haben wir dann R mal minus B plus A. Und plus statt SA haben wir dann T mal minus ein halb B minus Vektor A. Und das Ganze muss dann 0 ergeben. Zugegeben, die Gleichung sieht im Moment ein bisschen chaotisch aus. Da sind sehr viele Unbekannten drin. Allerdings, wenn wir die Klammer auflösen und alles ein bisschen ordnen, dann wird es schon deutlich angenehmer aussehen. Deshalb lösen wir jetzt die Klammer auf. Also, wir haben dann Vektor B. Der bleibt ja so, wie er ist. Hier, wenn wir die Klammer auflösen, haben wir dann minus R mal Vektor B plus R mal Vektor A. Dann nächste Klammer, minus ein halb T mal Vektor B und minus T mal Vektor A. Das Ganze ergibt natürlich wieder 0. Gut, jetzt werden wir die Terme so entsprechend Vektor A und Vektor B ordnen. Also, wir haben hier eigentlich drei Terme, wo Vektor B drin steht. Und das klammern wir einfach mal aus, also diesem Vektor B. Ich klammer es jetzt nach hinten aus. Man kann es natürlich auch nach vorne ausklammern, das ist egal wie. Also, wir haben dann von dem ersten B eine 1 stehen. Dann kommt dann minus R. und noch bei dem dritten Term dann minus ein halb T und das Ganze mal Vektor B. Und das Gleiche machen wir jetzt mit dem zweiten Term, wo Vektor A drin steht. Also, plus, dann klammern wir A raus. Dann bleibt in der Klammer drin nur noch R und hinten minus T. Das Ganze mal Vektor A ist gleich 0. So, wie geht es weiter? Naja, wir haben eine Linearkombination aus zwei Vektoren, die 0 ergibt. Und diese zwei Vektoren A und B sind natürlich verschieden von dem 0-Vektor. Das bedeutet, wenn das Ergebnis 0 ist, dann gibt es nur eine Möglichkeit. Diese Klammer hier muss 0 sein und diese Klammer hier muss 0 sein. Alternativ kann man das auch mit der linearen Unabhängigkeit dieser zwei Vektoren A und B begründen, also diesen Ansatz. Aber ich glaube, so ist es ein bisschen leichter zu erkennen. Okay, und das nutzen wir jetzt aus. Also, wir sagen an dieser Stelle, 1 minus R minus 1,5 T ist einmal 0 und R minus T ist ebenfalls 0. Was ihr jetzt hier stehen habt, ist natürlich ein linearer Gleichsystem. Das ist die erste Zeile und das ist die zweite Zeile, den wir sehr einfach lösen können, den wir einfach diese zwei Zeilen addieren. Wir haben einmal hier oben minus R und den plus R. Wenn ich die zwei Zeilen miteinander addiere, dann haben wir schon R aus dieser Gleichung rausgeschmissen. Also, 1 plus die 0, die hier steht, ergibt natürlich 1. Minus R plus R fliegt raus. Minus 1,5, minus 1 sind minus 1,5 oder anders gesagt minus 3,5 T. Und das Ganze ist 0. Und jetzt können wir mit gutem Gewissen nach T umformen. Also, ich mache einmal plus 3,5 T. Dann haben wir 1 ist gleich 3,5 T. Und dann bringen wir 3,5 R rüber. Am besten mit mal dem Kehrwert, also mal 2 Drittel. Und damit haben wir dann T ist gleich 2 Drittel. Und wenn wir jetzt dieses T in die zweite Gleichung hier einsetzen, dann kriegen wir entsprechend auch für R ebenfalls 2 Drittel raus. Gut, was sagen uns jetzt diese Ergebnisse? Naja, um sie richtig zu verstehen, müssen wir nochmal hier links schauen, wo wir für DS und für den Vektor SA was aufgestellt haben. Und zwar, das bedeutet, DS ist eigentlich 2 Drittel von DB und SA ist ebenfalls 2 Drittel von CA. Also, wenn zum Beispiel SA 2 Drittel von dem Vektor oder von der Strecke CA ist, von der Länge der Strecke, das bedeutet nichts anderes, dass CS 1 Drittel ist. Also, das können wir dann auch kurz hinschreiben. Also, wir wissen dann SA, die Länge des Vektors SA, ist dann 2 Drittel von der Länge des Vektors CA und SC, die Länge des Vektors SC oder CS spielt jetzt keine Rolle an dieser Stelle, ist natürlich dann 1 Drittel von dem Vektor, von der Länge des Vektors CA. Gut, damit können wir jetzt auch diesem Verhältnis bilden, was wir hier an dieser Stelle haben oder bestimmen müssen. Dann sagen wir einfach mal, die Länge von AS oder SA geteilt durch die Länge von Vektor SC ist das gleiche wie 2 Drittel CA durch 1 Drittel vom Vektor CA. Ist ja klar, Vektor CA kürze ich oben, unten, weg und dann bleibt ja nur noch 2 Drittel durch 1 Drittel, das können wir auflösen, sind 2 Drittel mal 3 Eintel. Dann kürzen sich die Dreier weg und da haben wir schon unser Verhältnis und er lautet 2 zu 1. Schlussfolgern können wir dann sagen, das Verhältnis, in dem sich die Strecken AC und BD teilen, lautet 2 zu 1. Zum Schluss noch ein paar Hinweise. Für den Fall, dass ihr mit dieser Aufgabe große Schwierigkeiten hattet, ist es wirklich noch empfehlenswert, euch die Grundlagen Vektorielle Beweise anzuschauen. Dazu gehören auch Themen wie Linearkombinationen, Orthogonalität, Parallelität, Kolinearität und lineare Abhängigkeit. Wenn bedarf, Tutorials zu alle dieser Themen sowie weitere Beispielaufgaben im Zusammenhang mit Vektorielle Beweise findet ihr gleich im Abspann. Und wenn euch dieses Video geholfen hat, vergisst nicht, ein Like, ein netter Kommentar oder sogar ein Abo kosten nichts.